Ich habe mit 9 Uhr die Trampoline angefangen. Ich bin über das Kränzli oder eben die Abendunterhaltung dazugekommen. Ich gehe heute an die Kunst- und Sportschule in Uster. Das ist eine Schule für Musiker und Sportler mit hohen Zielen. Ich trainiere 17 bis 18 Stunden in der Woche. Ich versuche etwa sechs Wettkämpfe im Jahr. Mein Ziel ist, dass ich international Erfolg habe und auch Erfahrungen sammeln kann. Mein größtes Ziel und mein Traum ist die Olympiater-Levolution.